Jagen, los geht's! Jagen, los geht's! Gut, ist hinten mehr? Joa, anscheinend. Gut, also Urpala. Es ist Tag diesmal, wie ihr seht? Genau, Tag und zwei Bosse! Gut, einfach mal direkt nach vorne gehen, so. Das ist wohl am nächsten. Habe ich Nahkampfwaffe dabei? Ja, ganz dank. Ah genau, ich muss mal gucken. Drei, oh ja, sehr schön. Drei, das ist vier, das ist das Fünf, das ist Nahkampf. Sieben. Äh, ich schätze schon Schüsse. Irgendwann sind es. Ja, was ist das denn für eine Waffe, die macht weniger Schaden, hat gegen ihre Reichweite und weniger Munition. Toll. Danke für nichts. Danke für nichts. Ach, wir sind gleich wieder hier. Komm mir sehr stark bekannt vor hier. Jo, mir auch. Gehst du schonmal rein? Danke. Wo ist denn das? Oben. Das ist oben. Ja, wir sind im Gesundheitsding da unten. Und ja, wir sind grad mit Absicht ein bisschen... Unvorsichtig sag ich mal. Das ist doch unten. Hä? Hä? Wo ist das denn? Hier ist ne Leiter. Wie dumm jetzt. Ja. Ah, da knapp da ist es. Dankeschön. So ist denn das nix. Oh, die sind schon alle Spieler, das hör ich doch. Rechts. Rechts, rechts gehen wir. Rechts, unten. Oh, fuck. Tor schließen, so. Genau. Würde nach links gehen. Oder Astro, du gehst ja hin. Okay, passt. Geht zu durch. Okay, links vor uns. Schüsse. Jo. Hörs. Das bräuchte ich mal ne Sniper. Ich hab jetzt ne Strohfländer, aber denk dran, weil ich muss jetzt immer ein bisschen im Nahkampf sein. Oh ja. Oh nein, nicht die Tantische. Aber jetzt sammeln wir, jetzt sammeln wir. Hast du? Oh Leute. Wenn wir jetzt in dieses Gebiet gehen, sammeln wir für den anderen, äh, Hinweise. Ach so. Bleib mal lieber mal in dem Gebiet, oder soll man das schnell holen, wenigstens? Ja komm, der kriegt mal Punkte dafür. Hey, da ist noch ne Tante. Warte, chill mal dein Leben. Ah, ne. Wieso? Mach ich ne Wurfmesser. Ach so. Oh, war da hinten. Was war das? Ich glaub, der Donner ist immer, wenn, wenn andere einen Hinweis aufsagen, kann das sein? Das kann sein, ja. Warte, die machen nur Nahkampf, oder? Oh. Sehr gut was geworfen. Oh. Wollen wir nur Wurfmesser wieder haben? Das ist hier irgendwo. Das ist gleich da. War das hier in diesem Gebäude? Oder? Oder? Oh. Entschuldigung. Oh, da hinten sind auch... Doch, das ist da drin, glaub ich. Nee, das ist da hinten. Hä? 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 Nee, ich glaub das ist... Da fehlt irgendwie ne Wand. Okay. Das ist drinnen. Ja, genau. Das war's, äh... Gut, aber ist... Was wollen wir denn machen? Schlechte oder spinne? Der schlechte, den kann man halt irgendwie bisschen leichter, glaub ich, killen. Ja, aber... Ja. Vor allem der buggt gerne rum. Welche Hinweise ist am nächsten? Der da hinten, oder? Der hinten da rechts, oder? Nee. Ja. Ja. Ja, ob... Links... Oh Mann, die kann ich so nicht töten. Äh... Da hinten sind die Hunde, wollen wir die killen? Oder laufen wir auch weiter? Weil wir gerade ist... Weil wir gerade so... Ja, komm. Wir müssen weg hier. Oh, da wird das Pferd, wo wir fahren waren. Da wird echt ein Pferd. Ganz in der Nähe. Ich hör nichts. Oh, ein hellenhund. Loll. Loll. Hast du mit dem Messer erwischt? Sehr gut. Aber du hast trotzdem geschossen, also... War es eigentlich für die Katz ein bisschen. Du meinst für'n Hund, oder? Nee. Nee, ich hab halt dacht, irgendwie... Ich hab' nicht gewusst, dass du da... Werfen mochtest. Oh, die oben lief auch. Ich denk da. Ich seh' nicht... Nicht aufschrecken. Jetzt ein bisschen auf andere Spieler achten, weil ich bin grad überhaupt nicht auf andere Spieler geeicht. Oh, wo ist denn das Teil? Ist das drinnen, oder so? Ist das drinnen? Ich glaub schon, ja. Ja. Oh, jetzt weiß ich. Boah. Ich hab' zugemacht. Ah, das ist doch nichts für mich, oder? Jawohl. So, wo ist das denn jetzt? Ich hab' gefunden, glaub' ich. Na klar. Boah, doch draußen. Boah. 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 Na klar. Weiß. Ich mach da mal ne Falle hinne. Achtung, nicht reinlaufen, bitte. Oder nicht reinlaufen. So bist'n'du Da liegt ne Falle direkt vor der Tür, nicht reinlaufen! Aber du kannst dich da schon mal vor die Tür stellen, mach ich die Tür auf und komm danach. Stelle ich mir schon vor... Oder ich mach jetzt auf und du kannst dann raus. Laufst du nicht reinlaufen. Achso, ist eh der schlechte, wo wir hier kratzen. Alles klar. Hey, sind wir jetzt so weit gelaufen? Krasser Scheiß. Gut, und ist eigentlich nur noch links da auch nochmal zwei. Jetzt sitzt du aber gar nichts mehr in der Nähe, oder? Rechts die zwei und... Ja, sonst nicht. Jo, auf Nordwesten heute, oder? Ja. Ja. Geh mal raus, so. Ja, du, ja. Jetzt hab ich grad ein Pferd gehört. Ehrlich? Warum? Ey, du läufst in die falsche Richtung. Ehrlich? Oh, ey. Ach, das sind wieder Hunde. Oh, ist das spannend. Ich hasse das. Irgendwie liebe ich spannend hier. Liebig hasse ich die hier. Oh, Schüsse. Direkt vor uns. Oh, Schüsse. Oh, Schüsse. Oh, Schüsse. Oh, Schüsse. Ja. Könnt sogar schon der Ding sein, so viele Schüsse wie es sind. Vor allem, wenn da keine Hinweise sind. Wenn man da so viele Schüsse fallen könnte, da der K... äh, der, der schlechte sein. Wär interessant, ob man irgendwie Bonuspunkte bekommt, wenn man ohne Hinweise so... Ja. Killen wir noch die zweiten? Oh, komm. Ein paar Punkte holen. Oh. Oh, Schüsse. Oh nein, nicht die Schüsse. Kill die, schnell. Danke. Da können wir Munition holen. Und da hat wohl jemand den Hinweis aufgehoben. Das heißt, bei einem Hinweis, das wäre... Oh, genau. Hä, ist alles voll. Ich hab auch nicht einmal geschossen. Ne, mit der Schubfung, das wäre noch nicht geschossen. Oh, die sind echt nah, ne? Okay, die sind nah. Oh nein, nicht gleich, das fliegt da wieder. Und hinter uns sind hinten... Oh. Oh. Machen wir Lärme auf dem Pferd noch. Was machen wir? Fuck. Kennen wir den Typen. Los geht's. Hast du irgendeine Bombe, oder so, oder was? Erst mit nach... Warte, die scheiß Viecher. Kannst du nachladen? Loll, okay, jetzt einfach... bisschen weglaufen. Ja, weil ich war vergiftet, das war mein Problem. Ah ja. Hey, wo... Hallo, wo ist denn... Ich hab vergessen nachzuladen. Hä, der Große ist tot, oder was? Ja, ja. Äh, wollen wir die 100 killen? Ne, lass. Komm, wir müssen da jetzt rein. Dann bin ich ein bisschen im Vorteil. Im Nachkommen. Aber das sind vielleicht zwei Hinweise. Oh, da ist noch einer. Oh, oh. Ja gut, die haben sich gerade erledigt, glaub ich. Die Hinweise. Wollen wir da hin gehen? Oder willst du die Spinne machen? Oder wir machen die Spinne. Ja, aber hier wird jetzt keiner mehr hergehen. Naja. Aber die Waffe schlipp... äh, die Falle... Die Falle wollte ich jetzt... Ähm. Oder ne, wir hatten... Wir könnten auch vielleicht... Oh, hier wär ein Hinweis gewesen. Ja, ob wir da runter... Ah... Ich darf's nicht riskieren. Ja, gehen wir hier wieder runter, oder wo wir hergekommen sind. Dann gehen wir unten lang. Oder wir kriegen... Warte, ich könnte die Lampe auch auf ihn werfen. Und brennt da vielleicht. Oh, das stimmt. Oh, das war was ja. Warte, ich nehme mal kurz die Lampe. Nee, kannst du nur aus und an machen. Oh. Wie viel weiter da rum? Wir sehen ihn ruhig zu. Da warte, unten sind noch zwei Monster. Wie viel fällt denn da außen? Gut. Warte, ich logge ihn her und du haust ihn mit deiner Schrotten hier nochmal drauf. So, so. Ach, dann wird der andere Hinweis. Lol, die sind extrem... Die sind vielleicht zehn Meter auseinander gewesen. Schade, eigentlich wäre ein gutes Runde gewesen. Naja. Na gut. Oh ja, das ist ein halbiertes Pferd hier. Ich weiß nicht, ich bin unten. Ich muss wieder enden. Oh. Alter, ich verwirr mich hier. Ich wohne nur durch... Ich glaube, die ganze Zeit nur voll wir hier rum. Das ist echt verwirrend hier. Ja, voll. Ist irgendwie schon vor oder sowas? So. Oh. Hä? Ich hänge, ich hänge... Ich hänge manchmal irgendwie so ganz komisch. Aber diese scheinen auch nah beinahm zu sein, oder? Relativ, ja. Ich weiß nicht. Irgendwie mag ich diesen Kartenabschutz hier gerade gar nicht. Ich auch nicht. Ich bleibe nur überall hängen und weiß nicht wie lang und alles ist frei. Wenn wir da abhauen, ja obwohl. Je nachdem wo der Post ist. Wollen wir da killen? Heißt ja. Zeit besuchen. Oh ich blüte... es kann sein dass ich dich vielleicht habe ich glaube schon aber der hat mich nicht gefüllt eigentlich weil ich finde ich denke ich verliere es immer wenn ich mich beim heil und sonst ich schlag da immer einmal zu ich auch so wo sind jetzt die hinweise wieder übers offene feld wenn da oben mit zum beispiel mit snap ist das machen auch die ist extrem nah beieinander ist schon mal ein vortrag faktor steht die messer kann man nicht mehr aufheben doch aber wenn daneben schmeißt findest du nicht mehr ja wo sind denn ja nach links sitzen immer links nach hinten ist aber ja da hinten sind blitze Die sind gar nicht mehr so weit weg Oh ja, stimmt Achso, ok Oh shit Oh shit LOL Achso Jetzt hab ich schon gedacht, du darfst den aus der Entfangen weggnieten Ja, das wär jetzt heftig gewesen Irgendwie kamen mir die näher beinanden vor irgendwie Toll, oder? Das gibt's ja nicht Wir laufen grad zu irgendeinem anderen Ist da nicht noch eins? Nö Leut Irgendwie fühl ich mich hier grad so nutzlos Und das ist auch nicht was anderes Von einem Punkt zum anderen irgendwie Das ist ja schon der vierte Punkt, zu dem wir laufen müssen Ja, und am Ende jetzt kommen wir gleich an Und dann wird der schon angegriffen Ich finde Wie weit ist der denn da? Wär ganz lustig, wenn man solche fetten Kanonen mal abfeiern könnte irgendwo Ja Es ist, es wirkt immer so nah, dann ist es doch nur so ewig zweit weg Boah, Alter Aber komisch, dass noch keiner bei der Spinne ist, anscheinend Ja, irgendwie Entweder sind die Aber die werden jetzt alle dieser Spinne herjagen Ja, also zwei sind schon mal weg Also Zwei Team sind noch da Also vier Leute Außer die haben sich irgendwie gegenseitig schon gekippt Das wäre natürlich auch noch so Das sitzt ja eigentlich, ne Einerseits würde es mich voll freuen, wenn ich das irgendwie sehen würde Aber natürlich ist es Wenn man weiß Gut Lebt keiner mehr oder so Was ist das? Oh, ich wurde F-tribbelt Ich wollte nur gucken, damit sich hier keiner versteckt So Last one So, wo ist er denn? Ja, gut, okay, passt Direkt bei uns Oh Loll, jetzt höre ich sie auch Ich hab keinen Bock auf die Spinne Boah, ich hab irgendwie auch echt keinen Bock auf die Spinne Warte auf die anderen, die es sonst macht Warte, habe ich Heilungsding? Ja, okay Ich hätte Heilung dabei Oh Ich meine, die Spinne ist echt gut Also die ist echt stark, ne Hält die dann eigentlich ein bisschen weniger aus als der Schlechter? Schon wahrscheinlich, ne Geh rein Oh, hab ich jetzt echt Oh, ich will ganzes Spinnen weh besehen Ihr müsst wissen, ich mag Spinnen eigentlich Spinnen gar nicht Oh, die ist gleich hier Ah, fuck Ey, wo ist die? Die war doch grad da Da ist sie Ach ja, er ist grad voll ab Was? Bitte untergefallen Ah Oh, Alter Fuck, shit Shit Oh mein Gott, nein, die hat nicht Das hasse ich, ich kann die Spinne nicht leiden Oh, damit Was ist sie Oh, fuck, Alter Oh, fuck, Alter Wer bist du? Ja Halt mal, ich seh das grad nicht Ich wär grad voll am Arsch gewesen Ja, wir müssen aber irgendwas tun, ne Ah, ich hab so Angst, dass jetzt die anderen Spieler kommen Ich auch, so hält nicht Fuck Was, die können eigentlich Ne, die können wieder von mehr an sein So, wir müssen Oh, fuck Die ist runtergefallen Ja Scheiß wie Naja, die hält doch ziemlich viel aus irgendwie Obwohl du sie das voll erwischt hast Oh 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 Oh, er hat mich immer Nee Alter, die hält viel aus, legt mich noch mal Ich schau immer mal wieder bissl raus Ich seh grad nix, weil die mich vergiftet hat Ja Wer will glaubt, das ist ein echt, oh fuck Alter, ich hasse die Ich krieg das Gift nicht weg gerade Das Problem ist auch Was hinten ist, Monil Was, hier ist ne Lampe? Ich weiß nicht, ich probier's das einfach mal Vielleicht kann ich's damit Stimmt, ja, ja, du musst du gut treffen Ich glaub, die ist echt gegen Feuer Ja Fuck, was ist die denn? Komm her, du scheiß Viech Ohlaja Hunde, Hunde Ich hör Hunde bellen Wo? Draußen Du weißt, was das heißt Die bellen nicht ohne Grund Ja Okay Ja Ja Ich hör's auch Ich schau ein bisschen raus Ja, ich auch gerade Irgendjemand muss ein bisschen auch gegen die Spinne kämpfen Wieder Scheiße, das gibt's ja nicht Warte, wir schauen jetzt erstmal, ob da vielleicht andere Spiele kommen Die Spinne, die hat immer noch Zeit Die läuft uns jetzt im Glück Ich hör doch diese scheiß Runde die ganze Zeit bellen, ne? Aber pass auf, ne? Nicht, dass die auch dann von hinten Weil du Kohn da kommen Kann ich die Tür hier wieder zumachen? Hat er denn überhaupt hier... Oh, ne halt, das ist ein Monster Es fehlt zwar Hunde, aber die machen nix So, ich lauf gerade durch Glas, keine Sorge Hab gar nicht gehaft Habe eh nicht gehört jetzt Habe eh nicht gehört jetzt Ja, so, hier hinten seh ich jetzt keinen Das seh ich jetzt eigentlich nur Das krasse ist, mir geht glaube ich dann echt die Muni aus Ach, da sind noch ganz viele Lampen Achso, probieren wir's mal Oh, da bin ich seit lange Zeit Weil das ist so... Das ist richtig schwierig, ne? So schwer hier zu treffen mit den Lampen Weil die so schnell ist Du, warte, passt mal auf, ich versuch's diesmal jetzt Ist ja auch schlimm, wenn man hier irgendwie zumachen könnte Oder wie lange brennt das Ach, wo bist du? Komm, man draus geht Warte, ich trau mich mal ein bisschen Ich wollte wo ist die denn? Ja, da! Jawoll, ich hab's erwischt Ehrlich, nice Guck mal wieviel Leben defiliert Hol ich's Ja War ganz, ganz gut Warte, hole ich mir nochmal zum Ding jetzt Bist du Gottkik durch Klaas gelaufen? Klaas nicht, aber durch Ketten Achso, okay Ich hör Schüter der Hunde Ist eigentlich blöd, was wir machen, weil du bist eigentlich der mit der Schrubhunde Eigentlich schon, ja Warte, ich versuch jetzt noch einmal Loll, toll, die ist oben Loll, toll, die ist oben He he, brenne, du scheiß Fich Oh ja, Feuer macht richtig Fettschaden Hone Mone Alter, jawoll, Alter Eine Genau, eine Lampage noch Das müsste reichen Musst aber auch treffen Ja Passt du auf Beim Eingang Lass mich jetzt nicht von hinten angreifen Loll, wo bist du? Ich bin hier Ist du da oben? Ne, ich spreche mit der Spinnen Spinnen, Spinnen, Spinnen Where the fuck are you? Alter, Alter, ich mach mich grad fertig Du bist du unten, oder? Da Ich hab doch einen Schatten gesehen Wo bist du? Komm, komm mal Ach, die ist hier Bist du unten? Bist du unten? Ah ja, da ist er So, jetzt kann man nach unten gehen Warte, ich lass dich erst mal zu drinnen Bis hier Jawoll, sie ist noch rumgekommen Sehr schön, danke Ah Warte, da hat sie gedrückt Jawoll Huh Wunderbellen wieder, wie verrückt Okay, scheiße Wo tut man sich da jetzt am besten Fuck, ich weiß nicht, wo ich mich jetzt hin planzen soll Am besten Zusammen oder so, weil ich gammel hier Ah gut, da werden die auch sofort tot, ne Wenn die dann Wenn die da hinten lang laufen Aber da hören wir es durch Glas eigentlich Oh, ne, aber Warte, ich mach die Türe dazu Die Tür? Sieht man halt die Spinnen nicht mehr Oh, ne Holy moly Alter, 33% erst, geht das nicht schneller? Geht das nicht schneller? Also unten ist ein Pferd, ne Und dann, wenn das richtig wird, wissen wir Bescheid Hinten sind Tauben, wenn die wegfliegen, wissen wir Bescheid Und die Hunde, die sind irgendwie die ganze Zeit laut irgendwie Ja Soll ich die Tür mir halt aufmachen? Ne, 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 ne Das ist gut so, weil dann, wenn die aufgeht, weiß ich, dass sie irgendwo kommt Und dann kann ich direkt schießen Und du kannst dort in die Balkontür ein bisschen Gut Wenn wir Glück haben, hören wir sogar die Glasscherben Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich was gehört hab Wechsel das nicht mit meinen Schritten Ich stehe Ich stehe Alter, dieses Knarzen Ich bewege mich wieder ein bisschen Um mal rauszugucken Puh, scheiße, Mann Gefühl die 20. Runde, sowas in dem Spiel, aber trotzdem immer so Nervenfremd Schauen wir mal, ob es diesmal die Flucht gelingt Ja Das wär natürlich mega Kann auch sein, dass wir einfach draußen auf uns warten Also irgendein Team gibt es ganz sicher noch, glaub ich Also irgendein Team gibt es ganz sicher noch, glaub ich Also irgendwelche zwei Bastarde warten irgendwo Wir könnten natürlich jetzt auch warten, bis sie es aufnehmen Nee, das ist ja unser Ding Ich glaub, die trauen sich auch nicht dazu Möchtest du vorgehen mit der Schockflintern? Ja, ich bin vor mit der Schockflintern Ja Bist du so laut? Ja, du chillst immer bei wachsen bisschen Eingänge Ja Ich hab mein Kopfgeld Ich geh runter Ich geh runter Aber wir können eigentlich erstmal gucken, ob wir fluchteln Aber wir sehen nicht Ich seh grad gar nichts Ob und gehört? Was hast du gehört? Was? Boost So, Schattenssicht Ich seh ich irgendwas Ich seh... Ich hab jetzt nichts gesehen Viel schneller Wo ist denn der nächste Ausgang überhaupt? Alter, wo bist du hin? Ich seh dich leider nicht Ich bin unten Der Ausgang ist direkt unter uns In der Mitte Das heißt, wir müssen da hin irgendwo Genau Genau Diesen Ausgang, das wir reden hier Achtung, ich miche auf Oh fuck da Das sind echt riesige Fische, muss man schon mal sagen Boah, das hast du? Okay Manitieren aufgenommen Mach das Tor zu Wo müssen wir überhaupt hin? Nach unten Mitte Mitte unten, ja Einfach am Rand entlang jetzt Ja Hier ist nichts aufgeschlecht, gar nichts Das ist irgendwie Gutes oder schlechtes Zeichen Außer die warten natürlich am Ausgang Das machen ja manche auch Auch Ja, klar Ja gut, aber wir müssen eh da nach unten Das sind auch die anderen zwei Ausgänge auf der Seite Es bleibt ja fast nichts anderes übrig Ja, ja Brauchst du Munition oder so? Weil ich glaub rechts könnten wir uns hier was holen Ich bin voll, ich bin voll Nee, das ist doch nix, ne Hier sind aber auch alle so frei, ne Fuck, Alter Das einzige was du ein bisschen hast, das ist das Gras Ja, wir gehen schon ein bisschen am Walzrand entlang Ich bin grad einfach nur angespannt, deswegen sage ich auch nichts Ihr müsst uns das leider verzeihen, aber das ist echt sehr angespannt in diesem Spiel Oh, Harley Boah, das ist jetzt so riskant hier Ich hab nichts gesehen Ich hab nichts gesehen Wahrscheinlich mal auch mal ganz umsonsten, stressvoll keiner mehr da im Spiel ist Wahrscheinlich, aber das können wir ja nicht rufen, ne Aber das macht das Spiel mir schon spannend Man läuft durch ne komplett leere Karten, trotzdem ist man angespannt Aber es lockert sich gerade ein bisschen bei mir Ich mach mal einen Nahkampf, oder? Das ist doch gleich da, oder? Ne, halt das was raus Ne, das müssen wir noch lange nicht Hier ist es dann Hier ist es dann Da ist das Boot, oder? Hä? Das Boot dahinten Aber ich mag erst mal die Umgebung checken Das ist dann noch lauter Entschuldigung ist das aber Sprich Oh Gott Komm schon Komm schon Dann hat man auch diese Schattensicht Das sollte man angeblich Feinde in der Nähe sehen Ich hab schon nie gesehen Ich weiß nicht wie es ausschaut Warum? Diese Ladung, dieses Ladungszeichen unten in den Konten Genau und falls ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Spiel habt Dann schreibt es einfach in die Kommentare Weil es kann natürlich sein, dass wir irgendwas mal noch nicht geklärt haben Ja genau Man muss jetzt echt Ich weiß jetzt echt nicht Ob echt noch andere Spiele jetzt in der Map waren Weil Es war eigentlich jetzt nur noch die Spinne übrig Und die anderen hätten sich jetzt auf die Spinne konzentrieren müssen Und was hätten sie sonst machen sollen? Ja, aber wie sollen denn die anderen umgekommen sein? Oder glaubst du das eine Team hat wirklich 4 gekillt? Und das kann natürlich auch sein, ja Ja, wenn dann alle dorthin gehen, ne Und wir sagen, wir brauchen die Spinne War vielleicht die klügere Entscheidung, muss ich sagen Ja, war echt gut Alter, wir kriegen grad richtig viel wieder Oh yeah Oh yeah Oh yeah Holy moly Ja, man sieht, das ist eine sehr erfolgreiche Runde geworden Man, 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 man Über 3.000, komm schon Jawoll Jawoll Boom So Wie viele Level steigt man erst auf, ne? 3 3 3 5 6 7 8 9 8 10 9 11 10 11 11 13 14 14 14 Stufen Holy moly Oh, und gut Level A, holy shit Jo, da bin ich jetzt kurz vor 20 Jo, da bin ich jetzt kurz vor 20 Ja, genau, ich sag Ja, und hiermit bedanken wir uns fürs Zugucken Oh ja, am Anfang ziemliches rumgerennig gewesen, aber eigentlich, ja, am Ende haben wir dann doch Spannend eigentlich, so, ja Also, wenn euch das Spiel gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, sagt Bescheid, dann kommt mehr Ja Ja, wenn ihr sagt, hm Du könnt auch streamen Ja, streamen Durch Streamen könnte es vielleicht ein bisschen spannender werden, wenn man noch ein bisschen interagieren kann miteinander Schauen wir mal, ne? Schreibt es einfach in die Kommentare Ja Und ein Probe-Stream kommt wahrscheinlich sowieso irgendwann mal Ja, sowieso Du müsst es vorstellen Aber, ja, eben, aber wenn ihr das als Let's Play vielleicht sehen wollt, einfach sagen oder beziehungsweise, ja, ihr wollt mehr davon sehen, sagt einfach Bescheid, da machen wir ja davon Kein Ding Genau Wenn ihr gesagt, hm, zum Zuschauen ein bisschen, hm, nicht so spannend, dann lass ma es, kein Ding Zum Streamen hin und wieder vielleicht schon, wenn wir grad sagen, wir haben einfach das Spiel zu spielen und ich streame zufällig Ja Juckt ja keinen Also, genau Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Dankeschön Ciao Ciao